...flüssigen Wackelpudding eingehüllt wird. Ja! Es funktioniert. Und schmeckt köstlich. Wir sind gerettet. Und was machen wir jetzt mit all dem Glibber? Ja, hier herrscht das totale Chaos im schlimmsten Wohnort der Welt. Breitberg. Aber wen stört's? Mama, Schwätzers Sohn ist endlich wieder die Nummer 1. Darf ich noch nachschenken? Hattest du einen schönen Tag? Ja, und Dankeschön. Oh, ist das nicht goldig? So viel Aufmerksamkeit tut ihr sicher gut. Ja, aber wie jeder weiß, hat sie das Wetter falsch vorhergesagt. Wo ist die wütende Menge? Ich will eine wütende Menge! Hey! Hörst mich in Ruhe! Ich bin nur eine Puppe! Eine Puppe, hört ihr? Ja, die sind wirklich wütend! Alles deine Schuld! Das ist eine Puppe! Ja, das ist immer��! Ja, das ist immerhin das, was ich invecee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017